Hier willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video helfe ich euch bei der Quest Zerstöre drei Hundehütten und es gibt einen Ort an dem könnt ihr die Quest sehr sehr easy machen und zwar müsst ihr zu Holly Hedges, da gibt es nämlich direkt drei Hundehütten. Die erste befindet sich ganz oben links bei diesem gelben Haus, ist denke ich kaum zu übersehen und ihr seht sich schon da unten ganz klein hinten im Garten. Müsst ihr dann einfach kaputt schlagen, dann habt ihr schon mal eine, dann könnt ihr einmal hier durch, müsst dann ein bisschen laufen und dann hier vorne durch die Hecke und dann befindet sich hier oben rechts von Holly Hedges, das ganz rechte Haus oben, befindet sich hier eine weitere Hundehütte, auch mit einer Chest und die letzte Hundehütte befindet sich wie angekündigt auch noch in Holly Hedges. Da müsst ihr dann einmal ganz runter zum untersten Haus und dann befindet sich hier hinten im Garten auch eine weitere Hundehütte. Und ja, das war es auch schon mit dem Video, ihr habt basically alle drei Hundehütten und ja, dann würde ich sagen, holen wir noch kurz einen Win und haut rein und tschau!